Also wir reden heute über Google Firebase. Die Themen sind unterteilt in vier kleinere Unterkategorien. Also warum überhaupt Google Firebase. Dann zeige ich Ihnen Firebase in unter zehn Minuten, wie man es einrichtet und sofort startet und was so die Funktionen sind von Google Firebase und anschließend dann eben die Preise dazu. Kurz zu mir. Ich bin Michael Bukowski. Ich bin 24 Jahre alt. Ich arbeite schon bei Sabit Media seit 2013 als Softwareentwickler und befinde mich zurzeit in der Bachelorarbeit. Deswegen, ja, Twitter gibt es Michael Bukowski und ansonsten auf der Seite www.bukowski.de kann man auch noch mal ein bisschen was über mich lesen. Kommen wir zu der ersten Fragestellung. Warum überhaupt Google Firebase? Wenn ich ein Entwickler bin oder ich jemand bin, der Entwickler hat zum Beispiel und ich eine Idee für ein Tool habe, dann ist es oft so, dass man dann sagt, okay, wie bauen wir das jetzt? Was nehmen wir für ein Framework? Was benutzen wir für eine Programmiersprache? Diese ganzen Metadaten, die wir brauchen, um irgendwie eine Applikation zu bauen. Das heißt also, der Entwickler entscheidet sich über, keine Ahnung, über irgendwelche Vorkenntnisse oder so, welches Framework er nutzt und fängt dann an zu coden. Fängt an zu coden und versucht dann eben dieses Tool, was eben gewünscht ist, umzusetzen. Das dauert seine Zeit und anschließend muss dieses Tool eben paketiert werden. Das heißt, es muss irgendwas gemacht werden, damit wir dieses Tool jetzt eben auf einen Server kriegen und da starten können. Wenn dieses Tool paketiert ist, können wir das Ganze auf den Server schieben und das als webbasierte Lösung anbieten. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass es sehr aufwendig ist, jedes Mal für jedes Tool irgendein Deployment zu schreiben. Das Deployment heißt also, ich nehme mein Tool und packe es auf den Server. Und neben dem Deployment hat man noch ganz, ganz viele andere Sachen zu verantworten. Man hat eben zum Beispiel irgendein Nginx laufen, man hat irgendwie eine Datenbank laufen, um die man sich kümmern muss. Man muss irgendwelche Backups machen die ganze Zeit. Man hat zum Beispiel irgendwelche Monitoring-Systeme, um zu schauen, funktioniert denn die Software überhaupt noch. Und Google Firebase greift genau an diese Stelle und sagt, das brauchen wir alles gar nicht. Wir brauchen auch keine Paketierung mehr. Das heißt, wir müssen nichts mehr entwickeln, um die Applikation zu paketieren. Und wir brauchen auch keine Frameworks mehr. Wir bieten euch schon alles an. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist Coden. Das heißt, es muss nur Code geschrieben werden. Es muss nur eine Applikation gebaut werden, mit der man eben irgendwelche Tools, irgendwelche Sachen erfüllt. Genau, das ist die Idee von Firebase. Das heißt also, ich schreibe einfach meinen Code. Ich habe irgendwie meine Web-Applikationen und habe vielleicht irgendwelche Funktionen, die ausgelöst werden müssen. Dazu kommen wir gleich. Und diesen Code tue ich einfach durch Firebase auf den Google-Server und um den Rest kümmert sich eben Google. Das heißt also, Backups oder die Wartung der Server, das Skalieren der Server. Das heißt, alles, was ich irgendwie vorher sehr viel Zeit verschwendet habe, habe ich wiederum durch Google-Firebase abgelöst. Und das Ganze nennt sich einfach Serverless. Ja, das heißt also, ich muss mich nicht um die Server kümmern, ich muss mich nur um das Coden kümmern und das war's. Woher hat denn die Applikationen? Bei Google, auf den Servern. Kurz zur Einrichtung, einfach nur um zu zeigen, wie relativ schnell und einfach das geht. Ich mache jetzt mal einen Ordner, nennt sich new fras. Wechsel in diesen Ordner, mache Firebase-Init. Dann werden mir ein paar Fragen gestellt. Möchte ich eine Datenbank verwenden? Ja, ich möchte gerne Funktionen verwenden. Also ich möchte gerne irgendwelche Geschäftslogiken ablösen. Ich möchte gerne Hosting und Storage, also Dateien speichern in meiner Applikation. Drücke dann Enter. Dann werden mir noch ein paar Fragen gestellt. Ich wähle ein Projekt aus, was ich vorher bei Google angelegt habe. Gehe das dann kurz durch. Dann installiert er kurz die Abhängigkeiten, die er braucht. So, kurz noch ein paar Fragen. So, Firebase wurde initialisiert. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann Firebase deploy aufrufen. Und er hat mir jetzt quasi ein initiales Projekt gemacht. Das heißt, da ist irgendwie eine HTML-Datei. Und in dieser HTML-Datei befindet sich jetzt einfach so eine initiale Startseite. Und das Ganze wird jetzt einfach auf die Server von Google hochgeladen. Ich kriege automatisch einen Link zugewiesen. Ich kriege automatisch Platz zugewiesen für diesen Speicher-Hosting. Und kann jetzt eben hier über den Link sofort auf eine Seite gehen. Und habe eben schon mein fertiges Setup. Das heißt, ich kann jetzt quasi theoretisch schon anfangen, irgendwie die Website zu bauen. Und das so schnell und unkompliziert. Kommen wir kurz zu den Funktionen. Es gibt sechs Grundfunktionen. Das sind, wie gesagt, die Grundfunktionen. Es gibt noch viele weitere kleinere Funktionen, wie ein Notification-System und so weiter. Aber wir schränken uns jetzt erstmal hier auf die sechs. Es gibt das Cloud Firestore. Das heißt also, ich habe eine Echtzeit-Datenbank. Ich glaube, jede Applikation braucht irgendwie eine Datenbank, um Dateien oder Daten abzuspeichern. Und bei Cloud Firestore habe ich eben die Möglichkeit, mich auch mit anderen zu synchronisieren. Das heißt also, wenn ich eine Änderung tätige, wenn ein Client eine Änderung tätigt, wird das automatisch synchronisiert mit allen Clients. Und das tut, wie gesagt, alles Google Firebase und die Cloud Firestore. Es ist eine NoSQL-Datenbank. Und ich habe auch Offline-Support. Das heißt also, wenn ich etwas ändere und kein Internet habe, dann wird diese Änderung kurzzeitig auf dem Gerät gespeichert. Und sobald ich ein Internet habe, wird das wieder hochgepusht. Dediziert heißt... Es ist eine Datenbank, eine NoSQL-Datenbank. Das heißt also, ich kann in dieser Datenbank Dokumente anlegen und in diesen Dokumenten kann ich zum Beispiel JSON speichern. Ist das eine Datenbank auf Firebase oder ist das die Zentralen? Es ist eine Datenbank für alle Benutzer. Also im Grunde jeder Benutzer hat seine eigene abgeschottete Datenbank. So, dann haben wir noch das Firebase Hosting. Das Hosting beinhaltet eben das Hosten von statischen Inhalten. Das, was wir gerade gesehen haben, was so schnell ging, das ist halt eben HTML, CSS und JS. Wir haben automatisch ein SSL-Zertifikat. Ja, und wir können auch Domains anlegen. Das heißt also, wenn Sie eine Domain haben, können Sie diese Domain automatisch auf diese Firebase-Domain, die wir bekommen haben, verlinken. Ja, das macht Google automatisch alles. Dann haben wir Firebase Authentication. Ja, Authentifizierung bei Applikationen ist jedes Mal fast der gleiche Prozess. Ja, man hat irgendwie eine Authentifizierung von Benutzern, von E-Mail und Google haut da noch einen drauf und sagt, wir haben noch irgendwie Telefon, Authentifizierung, Google, Facebook und Twitter. Also auch diese ganzen OAuth-Geschichten sind dabei. Dann haben wir noch die Cloud Storage. In dieser Cloud Storage können wir eben Dateien speichern und haben auch wieder diese Echtzeit-Aktualisierung. Das heißt also, wenn eine Person ein Bild hochlädt und eine andere lädt irgendwie das gleiche Bild hoch mit einem Tag und man verbindet es so, dass es sich updaten soll, dann wird es automatisch geupdatet. Das wohl Interessanteste sind die Cloud Functions. Das ist auch, warum es überhaupt Serverless heißt. Mein ganzer Backend-Code läuft nicht mehr irgendwie auf einem Server. Also im Sinne von, ich habe irgendwie ein Java-Programm geschrieben, das wird gestartet und es läuft jetzt die ganze Zeit auf dem Server und wartet auf Requests oder Anfragen. Sondern ich habe eben Cloud Functions und das ist eben mein Backend-Code. Das ist eine ereignisgesteuerte Architektur. Das heißt also, wenn sich irgendetwas in der Firestore ändert, also jemand legt einen Datensatz in der Datenbank an, dann kann ich Funktionen schreiben, die genau darauf hören. Und wenn dann irgendwie zum Beispiel ein neuer Benutzer angelegt wird, kann ich darauf hören und dann wieder irgendeine Funktion auslösen lassen. Zum Beispiel, Benutzer meldet sich an, ich schicke ihm automatisch eine E-Mail. Ja, das könnte man dann eben verknüpfen. Oder jemand lädt ein Bild hoch, ich lasse da automatisch irgendwie eine OCR-Erkennung drüber laufen. Oder sowas. Also die Möglichkeiten sind grenzenlos. Anschließend haben wir noch Google Analytics. Das heißt also, ich habe eben meine Analyse von Funktionen und Aktionen. Also alles, was passiert in meiner ganzen Software, kann ich analysieren und schauen, welche Funktionen waren erfolgreich, welche sind irgendwie durch einen Bug fehlgeschlagen. Ich kann auch meine Performance analysieren. Also wie ich schon gesagt habe, Google Firebase skaliert mit den Anfragen. Das heißt, je mehr Anfragen gemacht werden, desto mehr Server werden von Google bereitgestellt. Automatisch. Ja, das heißt, es skaliert. Und das kann ich halt eben in dieser Analyse von Performance nachvollziehen und kann halt eben sehen, okay, ich habe jetzt nicht mehr 10.000 User, sondern 2 Millionen User am Tag. Nur mal weit gesponnen. Genau, das Ganze befindet sich in einer Firebase SDK. Es gibt, also Software Development Kit. Das heißt, es gibt drei Programmiersprachen, in denen das möglich ist, vier sogar, in C++, in JavaScript, in Java und in Swift, also die iPhone-Programmiersprache. Ja, das Ganze kann man dann eben so als Paket sehen, was man dann bekommt. Und mit diesem Paket kann man dann eben diese ganzen Funktionen nutzen, die ich eben aufgezählt habe in seiner Applikation. Genau, jetzt wird es ein bisschen technischer, aber ich gehe da auch nicht so weit drauf ein. Also wir haben zum Beispiel ein Firebase Hosting. Ja, das heißt, wir haben eine Webseite mit statischen Inhalten, also HTML, CSS, JavaScript. Und diese kann man eben jetzt mit allen verbinden, durch diese Firebase SDK. Und wenn zum Beispiel das Firebase Hosting jetzt auf die Firestore irgendeinen Datensatz anlegt, also in der Datenbank einen Datensatz anlegt, kann das wiederum irgendwelche Funktionen triggern. Ja, und diese Funktionen können wiederum irgendwelche Funktionen in der Storage triggern. Also es ist alles miteinander verknüpft und das macht es eben so flexibel. Das Ganze wird eben überwacht über dieses Google Analytics und gibt eben die Möglichkeit zu überprüfen, ob alles richtig läuft. Und ja. Zu den Preisen. Es ist kostenlos. Das heißt also, man kann starten sofort, jetzt, gleich, heute. Aber es ist fast kostenlos. Also es ist so, man kann die ersten 125.000 Aufrufe von Google Functions sind kostenlos. Ja. Danach wird einfach dicht gemacht und es gibt, also man kann dann halt einfach keine Aufrufe mehr machen. und man kann keine Aufrufe aus den Functions nach außen hin machen. Das heißt also, wenn ich irgendwie eine REST-RP habe, die von irgendeinem Service läuft, der intern bei Ihnen im Unternehmen läuft und so weiter, dann kann ich nicht von Google Cloud auf diese REST-RP zugreifen. Das heißt also, ich muss eine bezahlte Strategie wählen und die heißt, man muss entweder 25 Euro pro Monat zahlen, was auch relativ noch, also was auch noch sehr wenig ist, oder ich mache eine Pay-as-you-go-Strategie. Das heißt also, ich zahle wirklich nur das, was verbraucht wird. Das heißt, für jeden Aufruf zahle ich irgendwie 0,0004 Cent und genau, das summiert sich dann, so viele Aufrufe man eben hat. Nachschauen kann man das Ganze unter firebase.google.com und slash pricing. Da ist das Ganze dann nochmal ausgezeichnet. Genau, das war es soweit. Wenn es noch Fragen gibt, gerne Fragen. Ja, ich wiederhole es einfach. Oder die Frage war ja noch nicht zu Ende. Du hattest davon gesprochen, dass es automatisch skaliert wird. Wie sieht es mit Peaks aus? Also, dass du kurzfristig, teilweise auch geplant halt, einen extremen Peak hast. Wie geht Firebase bzw. Google damit um? Skalieren die gut? Oder kann es halt sein, dass durch so einen Peak, Bestbeispiel aktuell, ja, Höhle der Löwen oder eine der großen Start-up-Sendungen, da entstehen ja massenhaft Peaks, wo die Webseiten immer wieder in die Brüche gehen, weil die halt schlecht skaliert sind, weil da keiner hinter sitzt, der sie dann manuell skaliert. Wie geht Google damit um? Genau, also das ist eben der Vorteil, den man bei Google hat, weil die Funktionen, die man bei Google ausführt, werden auf den Google-Servern ausgeführt. Das heißt also, die Verteilung ist, ja, man hat halt einen sehr, sehr großen Server-Pool und da drauf wird dann halt eben das verteilt. Also, es ist quasi unmöglich, würde ich jetzt mal sagen, dass man da irgendwie eine Downtime reinkriegt. Genau, also es ist auf jeden Fall machbar. Und ich glaube auch, dass es genau für solche Zwecke ganz gut ist. Also eben genau zu gucken, irgendwelche Prototypen mal rauszulassen und wenn das dann hochschießt, dann hat man eben nicht diese Sorge, dass man jetzt skalieren muss, sondern hat es automatisch mit drin. Zu der Analytics habe ich eine Frage. Ist das für mich dann oder ist das für Google, die Analytics? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, darüber wird der Herr Schadar noch sehr viel erzählen, vor allem was den Datenschutz angeht. Ich glaube, ich kann sagen, man, das Analytics war jetzt aus meiner Sicht mehr auf die Anwendung bezogen. Das heißt also, wenn in der Anwendung was schiefläuft, kann ich überprüfen, was jetzt schiefgelaufen ist. Man hat auch die Möglichkeit zu gucken, wie viele Besucher man hatte. Das ist auch automatisch mit drin. Das läuft alles auf den Servern von Google in Amerika. Das heißt also, man hat da nicht die Vormacht der Daten. Bei dieser ganzen Geschichte legt man ja wahrscheinlich keinen eigenen Serverprozess an, der jetzt auf Port 80 lauscht. Richtig. Könnte man aber sowas oder zum Beispiel auch, um auf einem anderen Port noch irgendwas zu hören? Ja, genau. Aber das ist genau die Sache. Also, bei Google Firebase ist es so, dass man sich ja eben nicht darum kümmern muss. Also, ich möchte so wenig wie möglich irgendwas konfigurieren. Ich möchte nur meine Applikation schreiben, die irgendwie HTML, CSS, JavaScript hat. Bisschen JavaScript für den Backend-Code, für irgendwelche Geschäftslogiken. Und das war's. Also, ich möchte nur diesen Code schreiben und direkt auf den Google-Server pushen. Ich habe keine Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt irgendwie statt ein Ubuntu einen Windows-Server haben. Weil das regelt nämlich Google alles. Das, ja. Ne, was ich meinte ist, nehmen wir an, ich möchte jetzt von außen irgendwelche Daten in das System einspeisen und hätte da halt einen eigenen kleinen Serverprozess, der auf einem Nicht-Port 80-Port zum Beispiel hört. So eine Konfiguration wäre nicht denkbar, oder? In Google Firebase, ja. In Firebase, ja. Nein. Ich kann mal fragen, und zwar gibt es irgendwelche Anwendungsfälle? Also, große Applikationen, die schon mit Google Firebase gebaut worden sind, irgendwas, das die selber sozusagen anpreisen, würde ich sagen, Mensch, das will ich auch. Auf jeden Fall. Also, es gibt schon relativ viele Start-ups, die das benutzen, weil man halt eben diese Flexibilität hat, dass man direkt starten kann, ohne jetzt irgendwie Server zu holen oder Server zu mieten. Da gibt es auch eine Showcase-Seite von Firebase, muss man sich mal ein bisschen umschauen. Was sehr oft genutzt wird, was auch von Facebook und so genutzt wird, sind auch diese Functions, aber die werden nicht von Google genutzt, sondern von AWS. Also, man könnte das auch mit Google ablösen. Die haben sich einfach für AWS entschieden, also Amazon Web Services. Das heißt, man kann eben da flexibel umsteigen. Okay, dann gehen wir zum nächsten Vortrag rüber. Oder gibt es noch eine letzte Frage? Gucken wir in die Runde? Nein? Alles klar. Vielen Dank, Michael.